Teile fielen vom Himmel. Trümmer überall, auf der Weide und im Garten. Wieso soll man es nicht anfassen? Es ist kontaminiert. Könnte kontaminiert sein. Irgendetwas passiert hier. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich kann es spüren. Haben Sie was bemerkt? Ja, habe ich. Ich will Ihnen helfen, aber Sie müssen mit mir reden. Mein Mann ist nicht mein Mann. Was ist hier los? Es tut nicht weh. Stellen Sie sich eine Welt vor, wo die Menschen aufhören, menschlich zu sein. Oh mein Gott. Die Veränderung tritt ein, wenn wir uns im Tiefschlaf befinden. Wir müssen gegenseitig auf uns aufpassen. Wir dürfen nicht einschlafen. Man kann Sie überlisten. Was? Zeigen Sie keine Emotionen. Sie wissen dann nicht, wer wer ist. Nein! Mom! Oh! Mom! Finger weg von meinem Kind! Wir werden alles tun, um das zu überstehen. Mom? Mom! Mom! Sie kommen! Wenn Sie aufwachen, werden Sie sich fühlen wie immer.